So, und weiter geht's mit Let's Play Bomberman! Bomberman... Ich hab jetzt den Eindruck, jetzt wäre das mit Bomberman ein bisschen verschoben. Sicher. Ich hab' auch noch geholfen. Hm, aber nur weil's irgendwie ein bisschen meine Hand blottiert. Das ist aber auch ein bisschen zu hoch. Ja, mal kurz gestehen, aber man darf ihm nichts zu tun. Ich muss das mal kurz einstellen. Richtig umbringen. Nein. W-w-w-w-w-w-w-w-w-schlicht, wenn ich noch mal wieder... Ja, es wäre nicht so günstig. Ich meine... Ja, ich habe... Also, so klar, wenn ich einmal nur kurz stehen bleibe, um mein Mikrofon zu richten, ich muss mich dieser Hurensohn umbringen. Fick der Hurenrock. Ja, ich mach das was von... Boah... Kleine Scheiße, ich... Ich muss natürlich wieder sterben. Danke, du warst! Arschloch! Ach, ach, ach... Das ist ein Ding, hallo, wegen dem schwulen Scheißspiel. Schwul... Ja... Gewicht! Wie soll ich nur leben? Du Arsch, hast ein ganzes Leben geklaut. Mann! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Da waren Handschnell kaputt gemacht. Ich bin manchmal so ein... Du! 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 ich weiß nicht was der feuerlöscher bringen neun leben er bringt neun leben er hat eine lebensleiter das ist geil wenn sich die viecher verwandeln in was sind nicht die werden zu kopien von uns als echsen sind die schwäche dann nur ein leben als kopien haben sie mehr und die wechseln mal die farbe das heißt du kannst jetzt nie sicher sein welches eigentlich die richtige ich lasse dich jetzt ja einfach wieder oder ja einfach wieder leben benutzen das war jetzt sehr dämlich ich bin so ich bin tot ja quatsch es war doof ich mich selber gekillt aber du überlebst noch naja es habe ich noch keine remote romp mehr und keine roten mehr wir hoffen dass da drin irgendwo das item ist noch feuerlöscher wäre jetzt nice gar kaum das richtig klingt wird nach und zu mal auf die karte einfach geworfen also erscheint einfach aber ist sehr nützlich aber ich bin so noch starpissen und glaube ich habe sowieso nur noch ein nein freitreffer gekriegt wird in einem grund karten herz gefunden uns gleich wieder verloren gut gut und keiner wir bei der neuen leben aber schon gehen wir nicht kaputte ich versuche es auch zu sagen wir dann drei was ist das für ein was muss aber die maschine oben treffen und da kommt nicht mehr so wirft ab und zu den rauch also die krallen bewegte und siehst du mal wenn eine kralle aufgeht dass man sie dann gleich abschießt und auf seiner aus dem fach in der mitte lässt da halt so raketen aus die sollte man nicht mehr folgen weil ich gehe nach möglichkeit nicht kaputt werden sonst wird das hier nix oder es wird sehr knapp an sich bin ich den buch scheiße er ist nicht wirklich schwer aber es hat letztlich nicht mehr okay jetzt muss ich die sache alleine irgendwie ja das raketen fließt du nein hurensohn habe ich getroffen nein okay wir sind beide gestorben kontinuier ach einmal ist kein mal irgendwann musste es passieren nein wir müssen die letzte zeit schon mal von vorne spielen äh irgendwann musste es ja passiert nicht verliebt nein du bist jetzt halt irgendwann boah scheiße einer rei irgendwann musste das ja so kommen so fies da passt man einmal nicht auf und dann ist man sofort am arsch weg doch mal weg von mir es sind so viele welche von den besten du äh die anderen beiden waren fakes und ich hatte dann eben nur das glück dass ich ihn kommen bin die hatten uns irgendwie alle auf mich abgesehen wir haben noch ein bisschen Zeit suchen wir noch 10 Stages können wir diesen mal schauen wir was es war doof dass er mich erwischt hat aber mal gucken ob da noch was für uns ich geh schon mal ja ein explodier brauchen wir nicht mehr was wird sicher nichts wichtiges gewesen sein doch es war voll durch wahrscheinlich die woher die vor allem A New York County? Nee, ich habe nur den einen gesagt. Du siehst immer nur den einen. Du bist immer nur den einen, wenn du es hier aus. Ich weiß nicht. Schubert und so dumm, wenn du jetzt in den Bereich sagst. Ich bleib mal mit dem Sp Themen da. Gurensohn! Gurensohn! Ich bin nicht mehr im Bauch. Mit der schwule Attacker hat mich vorhin gekillt... Boah, ich hasse ihn! Nein! Ich hab dich nur gestritten! Das ist ja mal schwul! Das ist ja nur mein Spiel! Das ging echt nicht gut! Nein! Ich denk grad eben, ich war ich aus und dann... Ach, verfickte Scheiße! Ein Periffenspult und ich sterbe! Ich wollte grad eben sein Roboter-Ding aufweichen, denn ich renne meine eigene Bombe rein, also das war nicht wirklich sehr intelligent. Er ist tot, oder? Ja! Ich kann mich nicht für... Ton! Anscheinend brauchen wir doch mehr als einen! Sie können durch Wände gehen! Das ist lustig! Toll, aber wir nicht! Raa, wir sind schwul! Wir haben Augen! Wir sind PING! Wir sind PING! Wir folgen ihnen eine Pyramide! Pyramide! Das ist das vorletzte Level, das acht Stages hat. Danach kommt noch mal eine Ein-Level-Karte und dann kommt das Finale. Und das war? Acht Level. Und dann kommt das, also im achten Level kommt der Finale-Boss und dann über den Geschafften ist das Spiel zu Ende. Mit dem brauchen wir halt Handschuhe. Oh, Handschuhe. Ich komm nicht ran, oder? Nicht ohne zu sterben. Ah, ich hab ihn! Ach, ich bin sowas von. Manchmal bin ich da doch. Und dann bin ich manchmal doch doof, weil ich die falsche Tasse drücke. Wo ist mein? Da. Da ist mein. Was auch immer. Eine rote Bombe ist da. Oh, kacke. Ja, die Bombe kommt von der anderen Seite raus. Was? Okay, alle Gegner eliminiert. Nein, das war sehr dumm. Jetzt kommt der Panzer wieder raus. Nein, die Bombe ist ja noch schlimm. Was? Wenn man eine Bombe setzt an das Tor, wenn, ähm, wenn die Gegner, wenn Gegner besiegt wurden, dann kommen die da wieder raus. Der letzte, der besiegt wurde. Ach, schon allein. Du, kacke. Und das würde ich nicht. Ein Igel aus. Einfach mal alles zerstören, was im Liebes. Ich kann nur eine Bombe legen. Was? Das ist ein Blockpasta. Du kannst durch die Wände gehen, das ist unfair. Cool. Dann hätte ich brauchte. Noo. Aber jetzt nicht mehr. Vielleicht kannst du nur durch die Wände gehen. Du kannst nur durch die grüne Wände gehen. Aber jetzt für immer, gell? Ich sterbe halt. Jetzt hast du noch das Spielcheck. Wo ist dieser schwule Ausgang? Ah, gut. Ist da noch irgendwas zu? Ne. Der so geschafft wird. Wuhu. Nur noch zwei, neun Minuten. Und wir waren noch... ...6 Stages. Drei Minuten haben wir maximal noch. Dann müssen wir von der Zeit ein bisschen knapper. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr bis zum... Ah, ja, genau. Ich habe Blockpasta. Der fliegt. Gott fliegt. Der verfolgt mich. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das hier laufen geht. Schwules UFO, geh weg. Ich mag keine Außenirische. Ja, weg, mich. Ich habe ja auch einen Tritt gefunden. Ich glaube, er ist in der Bombe einen Tritt gefunden. Wie ist das denn? Wenn du eine Bombe legst und dann dagegen rennst, dann klopst und dann trittst. Oh. Juuu. Nein, du Hurensohn! Nein, du Hurensohn! 20 Punkte, ich werde das UDI nicht bekommen! Nein, dein Jet Bomb ist zu stark! Okay, der Panzer ist fast kaputt! Das Ding kann irgendwie auch noch einen Hit ab! Scheiße! Wieso sind die für je so stark? Das war doof! Oder auch nicht! Jetzt, 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 jetzt! Äh, warum lebt das noch? PANZER STIERB! Du hast mich getötet! Warum stehst du auch da hinten rum? Warum stehst du auch da hinten rum? Warum stehst du die meinen E-Zirn? Wieso sehe ich das vielleicht nicht? Das kann doch nicht wahr sein, wie viel Leben das hat! Du hast den Panzer frei! Nein, was machst du? Du hast die ganzen Monster wieder vorbei! Cool! Der Punkt! Der Punkt! Wir sind frei, wuhuuu! So, jetzt, wie ich sagen, machen wir gleich einen Schnitt. Schnitt! Cut! Cut!